Hallo und herzlich willkommen zu einem Wetter.net Spezial. Ja, bisher ist die erste meteorologische Sommerhälfte vorbei und sie war ziemlich durchwachsen. Vor allen Dingen im Norden, an Nord- und Ostsee gab es kaum Badewetter. Es war zu kühl, es war zu windig, es war zu nass gewesen. In anderen Landesteilen ging es auch nur auf und ab, mal ein paar warme, heiße Tage, dann wieder kühle Tage. Heute viele Wolken, immer wieder Regen, selbst im Südwesten heute kaum 20 Grad. Und es ist bis Ende des Monats keine Hitzewelle in Sicht. Da stellt sich natürlich die Frage, kommt vielleicht der Hochsommer in diesem Jahr erst im August zu uns? Oder kommt er vielleicht auch gar nicht? Fällt er komplett aus? Das schauen wir uns gleich mal etwas genauer an. Doch zunächst mal der Blick auf die Ensemble-Prognose für die nächsten Tage und Wochen bis Ende Juli hier für den Norden Deutschlands. Und wir sehen, es geht zum Wochenende etwas bergauf. Die rote Linie geht über die braune Linie. Die braune Linie ist das Klimamittel der Luftmassentemperatur. Und die rote Linie ist der aktuelle Mittelwert aus allen Berechnungen. Ja und wir sehen, es wird ein bisschen wärmer am Wochenende. Aber dann zum Wochenwechsel gibt es den großen Temperatursturz. Dann liegt die rote Linie deutlich unter der braunen Linie. Und ab dem 25. Juli, da geht die braune Linie und die rote Linie ziemlich konform bis zum Monatsende. Es sieht also nach normalo Sommer aus. Es ist also keine Hitzewelle für den Norden Deutschlands in Sicht. Weiterhin sehr schlechtes Badewetter an Nord- und Ostsee. Immer wieder sehr wechselhaft, immer wieder Regenschauer. Und vor allen Dingen ab dem 25. Juli könnte es dort ziemlich nass werden. Gut, im Süden Deutschlands sieht es auch nicht besser aus. Kaum Freibad und Badewetter. Ganz im Gegenteil. Wir liegen hier ziemlich unter dem Klimamittel in den nächsten Tagen. Dann wird es zum Wochenende ein bisschen wärmer. Und nächste Woche gibt es auch hier den Temperatursturz unter der braunen Linie. Und danach gehen braun und rot Hand in Hand. Das heißt auch hier normalo Sommer im Süden. Und vor allen Dingen ab dem 25. Juli kann es sehr, sehr nass werden. Da sind immer wieder Niederschlagssignale mit dabei. Ja, und wie geht es nun weiter im August? Wir schauen uns mal die Prognose an vom Europäischen Wetterdienst. Und zwar wochenweise. Da schauen wir uns mal die möglichen Temperaturabweichungen für Deutschland an. Hier ist Deutschland so ein bisschen farblich markiert. Und in der Woche vom 27. Juli bis zum 2. August. Da ist es vor allen Dingen hier in der Südhälfte etwas wärmer als normal. Und an Nord- und Ostsee, da bleibt es leicht zu kühl. Also auch hier wahrscheinlich wieder eingeschränktes Badewetter. Wir gehen eine Woche weiter vom 3. bis zum 9. August. Ähnlich auch wieder an Nord- und Ostsee. Blaue Farben, das heißt kälter als normal. Im Südwesten dagegen etwas wärmer als üblich. Und viele weiße Farbflächen, das heißt im Grunde normalo Sommerwetter in der Woche vom 3. bis zum 9. August. Eine Woche weiter vom 10. bis zum 16. August. Und wir sehen an Nord- und Ostsee ist kein Blumentopf zu gewinnen. Immer wieder eher kühlere Luftmassen. Im Südwesten etwas wärmer, im Rest des Landes weiße Farbflächen. Also wieder normalo Sommer vom 10. bis zum 16. August. Und noch eine Woche draufgesetzt vom 17. bis zum 23. August. Und dann könnte es ein bisschen wärmer werden. Vor allen Dingen in der Südhälfte, in der Mitte und im Osten etwas wärmer als normal. Und auch der Norden, der hat dann keine blauen Farben mehr. Eher weiße Farbtöne, das heißt normal temperiertes Wetter in dieser Woche. Und damit endet die Prognose vom europäischen Wettermodell. Die geht nur bis zum 23. August. Aber wir schauen uns nochmal die Niederschlagssignale an. Für August insgesamt. Und da muss man festhalten, der August soll zwar zu kühl werden an einigen Stellen. Aber bei weitem nicht zu nass. Also eher zu trocken. Wenig Niederschlag, aber eben relativ mäßig warmes Wetter. Eine Hitzewelle ist also nach den Berechnungen vom europäischen Wettermodell für Deutschland im August eher unwahrscheinlich. Schauen wir uns noch den Trend an vom amerikanischen Wetterdienst NOAH für den August. Und auch hier sehen wir weiße Farbflächen über Deutschland. Das heißt weder zu warm noch zu kalt. Auch hier ein völlig normal temperierter August. Gefühlt wahrscheinlich eher zu kühl von den meisten. Und bei den Niederschlägen auch hier braune und rote Farbtöne. Das heißt der August soll auch nach diesen Berechnungen zu trocken ausfallen. Also auch hier ein normaler Sommer. Nicht zu warm, nicht zu kalt. Aber eben auch nicht zu viele Niederschläge. Eher etwas zu trocken. Ja kurz zusammengefasst sieht es wohl so aus. Ein richtig spitzenmäßiger Hochsommer ist im August nicht zu erwarten. Eine große Hitzewelle ebenfalls nicht. Der normale Sommer geht sehr wahrscheinlich auch im August 2020 bei uns in Deutschland weiter. Und wer die Hitzewelle fürchtet, der könnte Glück haben. Wahrscheinlich geht dieser Sommer bis Ende August völlig ohne größere Hitzewelle über die Bühne. Das ist zumindest der aktuelle Trend. Das kann sich natürlich nochmal ändern. Aber die beiden führenden Wettermodelle, das europäische Wettermodell und das amerikanische Wettermodell, sehen für August völlig normalen typischen deutschen Sommer. Ja, das war es vom Wetter hier bei wetter.net. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und denkt dran, bitte abonniert auch unseren Wetterkanal wetter.net auf YouTube. Tschüss und noch einen schönen Donnerstag.